Und Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ich wünsche euch so gut aussieht, hier, jetzt zur allerletzten Folge. Und, ja, dann... Äh, haben wir noch irgendwas von uns kaufen können, hier? Äh, I abgebildet, auch auf jeden Fall. So. Das mache ich. Aber zuvor, nutzen wir unsere Auto-Hacker und tun's mal hier voll machen. So. So. Duck, 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 duck. Ein G-Patrönchen, können wir schon mal holen. So. Univisione. Da haben wir nix mehr. New Event, können wir da noch mal was bauen. Äh, Panzer, Patient. Antipersonen nehmen auf jeden Fall mit. Dass wir Klemmengel sind und Defendung schon mit dort zu haben, das mache ich nett. Auf jeden Fall muss ich auch nicht, auf jeden Fall muss ich auch nicht, okay. Okay. Dann. Wo bist du denn, Mädchen? Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ach so, da. Fontaine wartet auf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüber zu treten, bevor du weiter gehst. Wollt! Fontaine. Ich hoffe ich krieg' ich jetzt hin. Ich weiß nämlich nicht mal wie das funktioniert, der Boss. Schon zu lange her. Ich weiß absolut nämlich überhaupt nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens zwei Jahre alt. Ja, ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat Kleiner, manche sind neben dir auch nicht. Schöner, aua. Nein, du bist nur ausweichend. Aua. Das war zu lang wiederholen. Geht er im Spiel da hin? Ja, oh, mit ist unsere Chance, bitte. Geht's doch. I don't know. Sollen sie hin? Wo bist du denn? Ja komm her Ich auch Aua Komm her Also So Und nächstes Nächster So Noch einmal Okay Jetzt darf man erstmal dahin gehen Jetzt übergehen Was übergeht die Typen aufzuschalten bevor man sich unten und tankt, oder was? So 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 Wo ist man wieder hin jetzt? Komm her Holger, schau mal in der Stuhl Da schliebt die Daabbrust So Oh Und auch zuletzt Ich habe dich erschaffen lassen Ich habe dich an die Oberfläche geschickt Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt was du bist und was du kannst Sogar das Leben an was du dich zu erinnern glaubst ist etwas So 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 Ja! Ja! Ja, Los! Ja, los! Ja, los! Haha, voll gut da. Ich hätte wo auch rot! Sie wollten dir alles geben, habe ich recht? Und als Gegenleistung hast du ihnen das gegeben, was ich von dir erwartet habe. Brutale Gewalt. Tja. Du hast dir genommen, was du wolltest. Alles Adam, alle Macht. Rapture hat vor dir gezittert, aber selbst das war dir nicht genug. Dein Vater hatte Angst, dass die Welt ihm das Geheimnis seiner Stadt entreißen könnte. Stattdessen hast du das schlimmste Geheimnis der Welt in deine Gewalt gebracht. He he. Ja, ich war ein böser Junge. Das war es. Man hat nicht meinen Abschieds, ich kann jetzt durchlaufen lassen. Allmarsch jetzt nett. Denn Beischung ist zu Ende. Ich hoffe, du hattest Spaß, aber am liebsten hätte ich jetzt auch das gute Ende gehabt. Dann ist es nämlich so, dass ich dann auch noch mit den Lille-Sistern, die dann bei mir aufwachsen und dann die Erwachsenen Lille-Sistern dann bei mir am Sterbebette stehen. Ich hoffe, es hat am liebsten gehabt. Ja, Bioshock bis zu Ende. Nächste Woche wird dann in Bioshock 2 kommen. Und nichtsdestotrotz hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich auch dann wieder einschaltest zu Let's Play Bioshock. Bis dahin. Ciao. Ciao.